Hallo zusammen, mein Name ist Omnitrix und wir sind hier wieder in einer weiteren Runde Blue's Tower Defense Battles, im zweiten Teil von der vorigen Runde. Wir sind schon bei Runde 30. Ihr seht, ich verdiene gar nichts, weil ich gefailt habe. Ich habe dann, ich glaube, acht Rote gesendet, weil ich das Video binden wollte. Das hat nicht funktioniert, deshalb werden wir einfach, ja, einfach eine neue Runde machen. Also einfach die Runde weitermachen. Bei mir ist es gerade 19.12 Uhr. Und ja. So, die kommen. Wussten wir hier oder nicht? Der ist voll stark. Ja. Vielleicht wird das Video auch sehr kurz, weil die Runde ausgeht. Dann hänge ich noch eine weitere Runde ran. Aber man kann ja nichts wissen. Also ich kann es nicht wissen. Ahem. Bei mir schaut es ja halbwegs okay aus mit dem Verteidigen. Röpelt das oder liegt, ist das irgendein Feature von meinem Belunser, als ich soll stoppen. Das ist nämlich komisch. Aber wir verdienen ja schon wieder 1500. Also wir kommen langsam, langsam, sehr langsam hoch. Aber ja. Ich hoffe ja nicht, dass ich drei Teile müssen machen muss. Das wäre jetzt schon bitter, wenn ich drei Teile raus machen muss. Aber das Video wird ja nicht so lange laufen. Ich glaube, es wird nicht mehr als 15 Minuten noch die Runde dauern. Oder jetzt war dort. Da werden ein bisschen was platzieren. Oh, da habe ich mich verkauft. Na ja. Also schaut dann so aus. Ist aber cool. Wir werden ein bisschen wieder in ein paar Volumes senten. Und die Töte kriegt auch so super. Okay. Dann geht auf. Okay. Ich will da hin, hallo. Okay. Hm. Ja. Ich muss, ach, ich muss solche machen sollen. Ich muss da ein bisschen rein füsten. Oh nein. Ich hab gedacht, die Sabotage-Dinger sind so gut. Ja, wir sind schon bei Runde 39. Komm, gelb, danke. Oh ja. Das kann man. Ah, das gibt Zeiten. Ich muss irgendwas machen. Mein Video bekommen auch grad den Weg. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Es leckt, es leckt, es leckt. Boah, es leckt. Ich frage mich, wieso es grad so leckt. Wahrscheinlich will ich aufnehmen. Boah, das läuft nicht grad flüssig. Ja. Ja. Also. Aber cool, oder? Von Platz hier her ist das aber flüssig aus. Oh Mann. Da. Hallo. Da. Da. Ich will den Arm machen. Danke. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht gleich. Der ist, ich sag's nicht, der ist viel besser als ich. Und wir werden fast eine sehr hohe Prozentchance gegen ihn verlieren. Aber das stört mich nicht. Weil es ein cooles Spiel mit dem war. Auch wenn ich versucht, ihn zu töten. Ich hoffe, bis jetzt gefällt euch das Video. Schaut doch gern wieder morgen vorbei. Schaut bei meinem Giveaway vorbei. Als ich gestartet hab. Und würd eigentlich gern haben, dass es nicht mehr so viel leckt. Dann schicken wir den Ballon. Das läuft gar nicht flüssig. Weil ich aufnehmen wahrscheinlich. Ich halte meinen Laptop. Darf ich irgendwas husten? Das. Oder sterbe ich vielleicht. Schaut gut aus. Okay, mein Akku ist auch noch okay. Ja. Pfuuu. Hehehe. Fp. 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 Das wär jetzt mal doch ein Highlight, wenn ich gewinnen würd. Hehehe. Also, ich sag's euch. So gewinnt man unten. easy peasy oder okay er ist raus ich hab gewonnen ich hab gewonnen oder ich hab gewonnen ja also wir werden dieses video wieder beenden wir sind jetzt rank 57.000 krass viel aber schon ein bisschen und ja ich hoffe es hat euch gefallen schaut morgen wieder vorbei ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, vergesst nicht zu liken und kommentieren falls ihr wollt und ein Abo da zu lassen und schaut wenn mein giveaway vorbei meint ich damit und ja